Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, möchte ich mit euch in diesem Video wieder ein kleines Problem lösen oder mehr zu sagen eine kreative Lösung finden. Wir wollen nämlich hier in unserem Fall, ihr seht es hinter uns, wir haben hier eine Tür und hier ist ein Durchgang und diese Tür soll eigentlich nicht so sichtbar sein. Deswegen haben wir uns gedacht, wir montieren hier einfach eine Schiebetür davor. Mit Schiebetüren kann man ja viele schöne Sachen machen. Ihr könnt damit einen Wandschrank bauen, ihr könnt eventuell ein Fenster abdecken, ihr könnt eine Tafel an der Wand abdecken oder ihr baut einfach nur eine ganz normale Schiebetür ein. Was ihr damit macht, überlasse ich euch. Man kann wie gesagt viele kreative Dinge machen. Wir verstecken in diesem Fall eine vorhandene Tür. Was brauchen wir hierfür? Hierfür brauchen wir natürlich als erstes ein Türblatt. In unserem Fall haben wir uns hierfür ein schönes Holzoptiktürblatt entschieden, was auch sehr hoch ist und was dann hier wie eine Wandvertäfelung aussieht. Dieses müssen wir dann natürlich bewegen können und hierfür benötigen wir ein Schiebetürsystem. Hier in diesem Fall verbauen wir das OBK Spaceships System von OBK Europe. Der Vorteil dieses Systems, wir haben ein bezahlbares System, was sehr viele Schiebetüren oder sehr viele Türblätter tragen kann. Dann kommen wir auch gleich zu der Frage, was für ein Türblatt können wir hier nun verbauen? Hierzu ein paar wichtige Eckdaten. Das Türblatt sollte in der Breite nicht kleiner als 580 mm sein. Die maximale Türblattstärke beträgt 40 mm und das Maximalgewicht des Türblattes darf 80 kg nicht überschreiten. Haben wir uns für ein Türblatt entschieden, was diese Spezifikationen erfüllt, so können wir das OBK Spaceship Türschiebesystem hier verbauen. Einen wichtigen Zusatztipp habe ich hier noch für euch. Ihr kennt es ja, wenn ihr im Baumarkt nach Schiebetüren sucht, gibt es ja eigentlich schon Standard-Schiebetüren in jedem Baumarkt zu kaufen. Und diese Schiebetüren haben in der Regel unten eine Nut schon eingefräst. Diese Nut ist ca. 6 mm breit und hierfür hat das OBK System schon im Lieferumfang diese Führung mit an Bord. Für denjenigen, der es etwas komfortabler haben möchte und auch die Tür etwas sanfter öffnen und schließen möchte, gibt es dann natürlich auch noch hier dieses rollengelagerte System. Hier müsst ihr allerdings bei der Bestellung aufpassen. Hier müsst ihr die dementsprechende Schiene noch mit dazu erwerben, die dann unten in die Tür eingefräst werden muss. Wenn ihr euch das nicht zutraut, lasst das bitte von einem Schreiner eurer Wahl ausführen. Haben wir uns nun für eine Schiebetür entschieden. Wie gesagt, ihr könnt hier auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Eine Schiebetür muss nicht unbedingt so hoch sein wie euer Türloch. Wir können diese auch bis zur Decke gehen lassen. Ganz wichtiger Punkt, deswegen sind wir jetzt hier auch in dieser Position angelangt. Es gibt oftmals an den Wänden Hindernisse, wie z.B. Lichtschalter, Steckdosen, Bilder oder in unserem Fall eine vorhandene Zarge. Diese müssen wir natürlich umgehen mit unserem Schiebetürsystem. Das heißt, das muss vor diesem Hindernis laufen. Aus diesem Grund gibt es von OBK Europe drei Systeme. Ich blende sie euch einfach mal hier ein. Und achtet bitte darauf, das richtige Schienensystem zu bestellen. Je nachdem, wie weit ihr mit der Schiebetür von der Wand weggehen müsst. Bevor ihr allerdings euch jetzt für diese Schiebetür entscheidet, noch ein ganz wichtiger Punkt. Eine Schiebetür hat ein gewisses Gewicht. Achtet darauf, dass ihr das natürlich auch an der Wand oder an der Decke befestigen müsst. Bitte klopft mal gegen die Wand. Hier hört ihr, hier haben wir nur eine Verblendung. Hieran könnten wir wahrscheinlich so ein schweres Schiebetürsystem nicht befestigen. Habt ihr eine massive Betonwand, Siegelsteinwand oder ein massives Ständergerüst, könnt ihr natürlich daran das Schiebetürsystem befestigen. Wichtig bei dem Schiebetürsystem sind Schrauben im Lieferumfang für die Befestigung enthalten. Dübel allerdings nicht. Das heißt, wenn ihr spezielle Wände habt, wie Betonwände, müsst ihr euch die dementsprechenden Befestigungsdübel oder Befestigungsmaterialien noch dazu erwerben. Stellt aber bitte, wie hier in unserer Situation, sicher, dass ihr das System ordentlich an der Wand montieren könnt. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt beim Schiebetürsystem. Das Schiebetürsystem gibt es in verschiedenen Längen. Ich blende euch einfach mal die verschiedenen Maße, die es gibt, ein. Ihr müsst das Schiebetürsystem natürlich so kaufen, dass euer Türblatt auch geöffnet werden kann. Also mindestens in der doppelten Länge des Türblattes. Die verschiedenen Schiebetürsysteme sind natürlich auch mit dem entsprechenden Werkzeug kürzbar. So, wie ihr seht, unser Material ist mittlerweile angekommen. Wir haben hier unser Schiebetürsystem. Ich habe es mal in zwei Segmente aufgeteilt. Alles, was ihr von hier an oberhalb seht, ist im Lieferumfang enthalten. Alles, was ihr hier unten seht, könnt ihr als Zusatzmaterial dazu erwerben. Wie gesagt, ich favoritisiere hier unten den Rollenantrieb oder mehr zu sagen die Rollenführung. Diese ist auch hier mit dem Lieferumfang enthalten. Es fehlt allerdings die Führungsschiene. Diese müsst ihr noch dazu erwerben und unten in die Tür einfräsen, wenn ihr sie einbauen wollt. Alternativ gibt es auch noch einen Winkel für die Wandmontage. Dieser Bodenwinkel kann äußerst interessant sein, wenn ihr zum Beispiel Fliesen am Fußboden habt oder einen Fußboden, den ihr nicht beschädigen wollt, indem ihr hier euer System anbohrt oder anklebt. Dann nimmt man einen Winkel. Der Winkel hat auch noch einen Vorteil. Dieser ermöglicht uns natürlich auch eine höhere Montage der Tür. Somit könnt ihr die Tür auch an der Wand montieren als Schiebetür oder andere Systeme. Aber wie gesagt, hier lasse ich eurer Kreativität freien Lauf. Auch eine Besonderheit bei uns, ich habe es euch ja vorhin gezeigt, wir müssen eine Zarge überspringen. Und dementsprechend habe ich hier eine etwas größere Schiene mir ausgewählt, und zwar die Schiene mit 59 mm. Somit bin ich mit meiner Schiebetür etwas von der Wand weg. Haben wir nun unsere Lieferung auf Vollständigkeit überprüft, kommen wir zur Montage. Wir beginnen mit der Schienenmontage, hier in unserem Fall an der Wand. Wie komme ich nun auf mein Montagemaß? Als erstes müssen wir uns die Höhe der Schiene berechnen. Hierbei gehen wir von der Oberkante der Schiene aus. Wie wird das berechnet? Hier bei dem OBK Spaceship System ist das sehr einfach gehalten. Wir haben einen Startpunkt. In der Regel ist das euer Fußboden, wenn ihr eine Schiebetür einbaut. Wenn ihr natürlich hier dieses Winkelsystem einbaut und irgendwo an der Wand montiert, so ist natürlich im Winkel hier diese Oberkante euer Startpunkt. Und von dort an fangt ihr aus zu messen. Arbeitet ihr vom Fußboden aus, wie in unserem Fall, messen wir vom Fußboden und montieren dann dementsprechend unser Führungssystem auf den Fußboden. Je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt. Wie rechnet ihr das aus? Das zeige ich euch hier in einer Grafik. Ganz einfach erklärt. Wir haben uns für eine sehr große Tür entschieden. Und zwar 2,50 Meter. Wir haben das Türblatt. Und hier multiplizieren wir einfach 68 Millimeter und kommen so dementsprechend auf unser Endmaß. Und das ist unser Montagemaß. Oberkante Schiene. Dieses zeichnen wir nun hier an dieser Position an. Ganz wichtig. Wir müssen natürlich jetzt auch von einer gewissen Position ausgehen. In unserem Fall soll die Tür in diese Richtung öffnen. In der Regel wird die Schiene so montiert, dass sie, wenn wir zum Beispiel hier unsere Türöffnung haben, Außenkante Türöffnung plus 20 Millimeter, dann dementsprechend Außenkante des Schiebetürsystems ist. Allerdings. Ihr könnt natürlich mit so einer Schiebetür auch spielen. Ihr könnt eventuell die Tür etwas größer wählen und dann dementsprechend die Schiene nach außen versetzen. Es gibt noch eine kleine Sondersituation. Wir können auch eine größere Schiene kaufen und können dann mit den Anschlägen regulieren, bis wohin die Tür schließt. Und somit könnt ihr dann auch, wenn ihr die Schiene zum Beispiel etwas hier drüber hinaus montiert habt, habt aber eine große Schiene genommen, über die Anschläge dann auch die Tür hier stoppen lassen. Jetzt wisst ihr die verschiedenen Montagepositionen. Ganz wichtig, ihr müsst euch natürlich jetzt auch hier entscheiden, in welche Richtung soll die Tür aufgehen. In unserem Fall in diese Richtung. Dementsprechend messen wir jetzt einfach unser ermitteltes Maß hier, machen einfach einen Wasserwaagestrich und halten die Schiene hier oben an. Achtet bitte darauf, die Schiene muss Wasserwaage montiert werden. So, wir haben jetzt unsere Höhe und unseren Endpunkt hier angezeichnet. Das heißt, wir wissen, wo unsere Schiene hinkommt. Jetzt hat uns der Hersteller hier die Arbeit abgenommen und hat hier viele Befestigungslöcher vorgebohrt. Ich empfehle euch, bei schweren Türen wirklich alle Befestigungspunkte zu nutzen. Wie zeichnen wir diese an? Wenn wir zum Beispiel in einer Steinwand vorbohren müssen, bei einer Holzwand könnt ihr hier einfach jetzt direkt durchschrauben. Wir legen einfach hier eine Wasserwaage auf. Achten darauf, dass die Schiene jetzt absolut Wasserwaage ist. Ich empfehle euch, hier zu zweit zu arbeiten. Jemand hält die Schiene auf der anderen Seite fest und zeichnen jetzt hier einfach mit einem Bleistift, mit einem Pfüllstift einfach unsere Bohrlöcher an und können nun hier unsere Bohrungen setzen, sofern das erforderlich ist. Wie gesagt, bei Holz könnt ihr direkt durchschrauben. Hier haben wir eine massive Wand. Wir müssen dementsprechend geeignete Dübel einbringen. Bringt diese jetzt hier an den Bohrungen ein. Und hier können wir nun unsere Schiene anschrauben. Bevor wir jetzt die Führungsschiene an der Wand montieren, ein kleiner Tipp von mir. Ich würde sie kompletieren, solange sie noch am Boden liegt. Das geht einfach einfacher und eventuell habt ihr auch nicht genug Platz oben, um diese Arbeit auszuführen. Ich habe hier einfach mal alles so hingelegt, wie das hier in die Schiene eingebracht werden muss. Im Großen und Ganzen müsst ihr nur darauf achten, in welche Richtung schließt eure Tür. Das heißt, unsere Tür schließt in diese Richtung. Dementsprechend habe ich hier unsere Komponenten aufgebracht. Wir haben hier unsere Endanschläge. Als zweites hier den Aktivator, den Auslöser für den Dämpfer. Man würde es auch vielleicht einen Endanschlag nennen. Den Hauptführungsschlitten, den zweiten Führungsschlitten. Wieder einen Aktivator und den schlussendlichen Endanschlag. Wir bringen das genau in dieser Reihenfolge ein. Wir beginnen mit dem äußeren Endanschlag. Achtet auch darauf, wie rum ich diese Objekte einbringe. Wenn sie etwas klemmen, löst einfach hier die Schräubchen noch etwas. Dann führen wir den Aktivator ein. Dann unseren hinteren Laufwagen. Die Bürsten zeigen immer nach unten und hier in diesem Fall nach außen. Den zweiten Laufwagen, hier auch ein kleiner Tipp. Wie gesagt, auch hier die Bürsten zeigen nach unten und ich drehe es mal rum. Wir haben hier oben diese Enddämpfer, sage ich einfach mal, diese Auslösedämpfer. Diese müssen dann dementsprechend nach oben in der Schiene zeigen. Also wird das auch so rum eingebracht. Dann schlussendlich unseren letzten Aktivator. Endanschlag kann man auch dazu sagen. Und unseren Stopper, der dann schlussendlich die Tür stoppt, falls irgendwas schief geht. Den äußeren Stopper ziehen wir gleich leicht fest, sodass nichts mehr herausfallen kann. Alles andere kann in der Schiene verbleiben. Auch den hinteren, ich nenne es einfach mal Stopper, schieben wir wieder auf die Endposition, ziehen diesen leicht an und können nun diese Schiene an der Wand montieren. Haben wir die Führungsschiene an der Wand montiert, kommen wir zur Komplettierung unseres Türblattes. Habt ihr das Türblatt im Baumarkt erworben und es besitzt schon eine Nut hier unten eingefräst und ihr wollt das einfache System hier verwenden, ich halte es euch einfach mal in die Kamera, könnt ihr dieses Kapitel einfach überspringen, schaut unten in die Timeline und springt zum nächsten Kapitel. Habt ihr euch auch, wie wir, für die etwas bessere Variante entschieden, das heißt die Führungsschiene mit geführter Rolle, so müsst ihr diese hier einfräsen. Wie genau diese eingefräst wird, entnehmt ihr der Zeichnung, ich blende sie euch einfach mal ein, arbeitet hier diese Nut ein und schraubt diese Schiene hier unten einfach ein. Bitte geht hier nicht mit unqualifizierten Werkzeug dran, holt euch hier eventuell fachmännische Hilfe. Jetzt haben wir schon hier unsere Führungsschiene eingebracht, sind also hier auf der Unterseite fertig und kommen zur Oberseite der Tür. Wichtig, legt die Tür so auf den Boden, dass die Vorderseite des Türblattes zu euch zeigt und achtet bitte auch darauf, wenn ihr die Tür ablegt, dass ihr sie natürlich am Boden nicht verkratzt, legt eventuell nochmal irgendwas darunter. Kommen wir im nächsten Schritt zur Oberseite der Tür. Hier ist es wichtig zu wissen, was ist vorne, also außen und was ist innen. Wie gesagt, das ist die Außenseite und hier habe ich die Befestigungen für die Oberseite mal hingelegt. Diese müssen richtig rum montiert werden und an der richtigen Stelle. Im Prinzip reicht es aus, wenn die Befestigungen hier im äußeren Viertel der Tür jeweils montiert werden. Ganz wichtig, bitte montiert die Befestigungen nicht zu nah an die Außenkante der Tür. Erstens mal könnte die Tür dadurch beschädigt werden und zum zweiten Mal könnte die Befestigung auch oben mit unseren Endanschlägen kollidieren. Ganz wichtig, ich habe euch die Befestigungen auch aus gutem Grund so rum hingelegt, denn die müssen schlussendlich so montiert werden. Bitte nicht falsch rum montieren, deswegen, wie gesagt, ihr müsst wissen, wo die Außenseite der Tür ist. Das ist die Außenseite. So rum müssen sie montiert werden und von der Außenkante mindestens 24 bis 25 Millimeter wegbleiben. Wir montieren diese Aufnahmen mittig und verschrauben sie mit der Tür. Die Schrauben dafür sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hier müsst ihr Schrauben verwenden, die für die Tür oder das Türblatt geeignet sind. Wir haben jetzt hier diese Befestigungsschrauben. Ihr seht, diese haben hier auch eine kleine Kontermutter. Diese werden nun in unsere Lausschlitten, die sich schon hier oben in der Schiene befinden, eingeschraubt. Ich zeige es euch hier am Boden, weil es so besser demonstrierbar ist. Bitte achtet darauf, dass diese Schrauben mindestens 10 bis 15 Millimeter, sagen wir einfach mal, eingedreht sind, sodass sie auch ordentlich in diesen Schlitten greifen. Und hier können wir dann unsere Tür einhängen. Schraubt etwas die Kontermutter nach oben. Dasselbe machen wir natürlich auch hier bei dem zweiten Schlitten. Und somit haben wir alles vorbereitet für das Einhängen der Tür. Kommen wir zum Einhängen der Tür. Hier empfehle ich euch mit mindestens zwei oder drei Personen vorzugehen, je nach Gewicht der Tür. Bitte bringt oben die beiden Verschraubungen auf Position und hängt die Tür in die Schrauben ein. Haben wir die Tür nun eingehangen, kommen wir zum Ausrichten der Tür. Hierfür benötigt ihr eine Wasserwaage sowie ein Messwerkzeug, ein Gliedermaßstab. Achtet bitte darauf, dass unter der Tür ein Spalt von mindestens 7 Millimeter erforderlich ist und bringt die Tür in Wasserwaage. Dafür verwendet ihr hier oben die beiden Stellschrauben, stellt diese so ein, dass ihr wie gesagt unten mindestens eure 7 Millimeter Spalt habt und die Tür ordentlich ausgerichtet ist. Kommen wir nun noch zu unserer Bodenrolle. Die Bodenrolle wird folgendermaßen montiert. Die Rolle muss immer zur Laufrichtung zeigen. Bitte achtet darauf, dass eure Tür Wasserwaage steht. Das heißt, haltet einfach mal hier eine Wasserwaage dran. Wenn wir hier eine sehr krumme Wand haben, können wir vielleicht auch den einen oder anderen Millimeter hier ausgleichen. Ich empfehle aber die Tür Wasserwaage zu montieren. Richtet die Wasserwaage aus, macht euch einfach hier mittig von eurer Schiene einen Strich. Bringt die Tür natürlich schon in die offene Position. Und jetzt kommen wir zur Positionierung der Rolle. Hier ist es wichtig, wo ist die Endposition der Tür, also wie steht sie im geöffneten Zustand. Das wäre bei uns in etwa so. Ihr nehmt euch einfach die Kante, die für euch relevant ist. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir würden jetzt hier vielleicht diese Kante wählen. Dann geht ihr von dieser Kante 4 Millimeter zurück. Ich blende euch hier einfach auch nochmal eine Grafik ein. Und so wird dann die Rolle hier am Boden verschraubt. Verschraubt die Rolle bitte an beiden Bohrungen und somit haben wir diese auch am Boden montiert. Haben wir die Bodenrolle montiert und die Tür läuft ordnungsgemäß. Das können wir nochmal ausprobieren, aber hier ist alles in Ordnung. Bringen wir die Tür in die geschlossene Position. Wir haben, wie ihr wisst, unsere Schiene hier vorne etwas überstehen lassen. Wenn eure Schiene natürlich hier jetzt endet, wäre das eure Endposition. Wir wollen, dass die Tür natürlich hier unsere Zarge komplett überdeckt. Wir wollen diese ja verstecken. Das wäre in etwa diese Position. Achtet darauf, dass eure Tür natürlich hinten noch in der Rolle drinnen läuft. Und jetzt kommen wir zum Einstellen unserer Endanschläge, sage ich einfach mal. Wir haben ja unsere Endstopper. Diese befinden sich am Ende der Schiene. Diese haben wir vorhin schon eingebracht. Diese zieht ihr jeweils am Ende der Schiene fest. Und unsere Endanschläge, genaue Bezeichnung Aktivatoren, schieben wir unter den Schlitten an die dementsprechende Position und ziehen sie hier fest. Haben wir den vorderen Aktivator eingestellt. Ihr seht, an der vorderen Position rastet die Tür schon ein. Kommen wir zum hinteren Aktivator. Diesen schiebt ihr bitte jetzt so nah wie möglich an die Schiebetür heran und öffnet einfach mal die Schiebetür auf die offene Position. Somit wird dieser mitgenommen und an die richtige Position geschoben, an der ihr ihn festschrauben könnt. Im letzten Arbeitsschritt bringen wir nun noch unsere Abdeckkappen und Blenden auf und haben somit das Schiebetürsystem komplett montiert. Noch ein Hinweis zu den gerade eben verwendeten Blenden. Die Originalblenden sind in schwarz. Diese gibt es aber natürlich auch hier in diesem Silberton. Hier, diese Silberblenden müssen aber dann dazu bestellt werden. So, wie ihr seht, die Installation der Schiebetür war kinderleicht. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, gerade hier bei dem System OBK Spaceship von der Firma OBK Europe. Wichtig ist mir die Erwähnung der Ersatzteilversorgung. Wir kennen das ja, wenn wir günstige Systeme kaufen und es kommen irgendwann in vier, fünf oder sechs Jahren Probleme auf euch zu. Hier ist auf jeden Fall die Ersatzteilversorgung gesichert, da wir hier eine in Deutschland sitzende Firma als Ansprechpartner haben. Und somit können wir dann auch für lange Zeit Ersatzteile ordern, wenn erforderlich. Das hier verbautes System findet ihr übrigens wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Firma OBK Europe, die mir dieses System zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ja einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen? So klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020